Jawohl und damit ganz herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Europa Universalis 4 und da geht es weiter an der Stelle. Frankenreich sieht, ne Frankreich sieht Frankenreich nicht länger als Rivalen an. Gleich die erste Meldung hier. So ansonsten klingt eine Anfrage auf Militärzugang, das lehnen wir ab. Dann nochmal Militärzugang aus Polen lehnen wir auch ab. Militärzugang aus Brandenburg lehnen wir auch ab. Wollen wir alles nicht. Was haben wir hier? Unruhen. Ja, das sind die besetzten Gebiete, die wir in der letzten Folge alle eingenommen haben. Und ja, wir lassen die Zeit erstmal wieder ein klein wenig schneller laufen. Ich glaube, wir brauchen auch noch ein, zwei Jährchen des Friedens. Wir können mal in unsere Diplomatie reinschauen, wie es dort ausschaut. Gibt es aktuell ein Militärbündnis gegen uns? Nein, gibt es nicht. Köln ist eine Mark und der Sachsen. Okay. Richtet ihn wegen Hochverratssinn. Das würde uns Prestigekosten oder nationale Spionageabwehr. Ja, minus 25%. Haben wir genug Prestige im Moment? Nein, haben wir nicht. Aber Spionageabwehr ist gerade auch nicht so das wahre, worauf wir verzichten sollten. Naiver Verwandter. Ich glaube, wir richten ihn einfach mal hin. Das muss halt bestraft werden. Von daher, das müsste schon soweit passen. So, ich glaube, die Pfalz, wie sieht es hiermit aus, habt ihr euch eigentlich wieder beruhigt. Ja, noch nicht ganz. Immer noch 190, also minus 190, dafür, dass wir den Markstatus wieder rufen haben. Das heißt, das wird noch ein wenig dauern, bis wir die annektieren können. Aber wir bleiben natürlich dran. Das sollte kein Problem sein. Wer ist denn aktuell... Das sieht mal nach Böhmen aus, oder? Ja, der aktuelle Kaiser ist das Böhmische Kaiserreich, sozusagen in dem Fall. Wie sieht es hiermit aus? Habt ihr eigentlich Freunde, Bekannte, Verwandte? Oh, das ist unser Vasall. Okay. So, und die haben Eroberungskriegsgrund gegen Münster. Wir wurden beauftragt, bestimmte Provinzen zu erobern. Eroberung von Meppen. Hatte ich das selber noch letzte Folge in Auftrag gegeben? Ich glaube, oder? Stimmt, da war was. Das hatte ich jetzt schon ja fast vergessen. Das ist schon wieder ein bisschen her, wo ich die das letzte Mal aufgenommen habe. Genau, da wollten wir alle Alliierten von, ich glaube, Trier war es. Genau, da wollten wir Eroberungskriegsgründe erschaffen. Ich glaube, das haben wir jetzt auch schon fast. Hier haben wir Eroberung gegen Trier. Den Kriegsgrund haben wir. Dann fehlt nur noch das hier. Genau, und dann können wir hier nämlich... Jawohl, jetzt haben wir den nämlich auch. Dann können wir hier nämlich dann den Krieg gegen Trier einläuten. Ich glaube, das werden wir mal direkt probieren. Ich glaube, das machen wir. Wir werden dazu mal kurz... Ihr kennt das. So, geht auch ganz flott. Tut auch nicht weh. Okay, und dann schauen wir mal. Wir werden mal versuchen, erstmal die Truppen hier nochmal zu bündeln. So, wo haben wir noch welche? Das können noch nicht alle gewesen sein. Hier ist noch eine. Okay, die verlegen wir mal nach dort oben. Die verlegen wir hier hin. So. Dann ist die Hauptarmee quasi hier oben erstmal beim Mappen dann tätig. Wenn es dann soweit ist. Ja, ich glaube, das machen wir darüber. So, dann erklären wir erstmal den Krieg. Müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt auf die Reihe kriegen. Da wird Namur und Münster mit dabei sein. Und das müssten ja die Teile sein. Namur und Münster. Genau, das passt soweit. So, dann erklären wir den Krieg. Jawohl. Und dann marschieren wir hier direkt auch schon ein. So, dann müssen wir hier kurz die Zeit einmal weiterlaufen lassen. Dann können wir hier nämlich auch schon einmarschieren. So, da werden die schon niedergeschlagen. Wunderbar, das läuft. Dann werden wir die Armee hier nach draußen verlagern. Hier werden wir ein bisschen was abspalten. So, zwölf Einheiten hier bitte nach draußen. Und dann bitte dorthin. Und das mal hier direkt in den weiteren Angriff gehen können. Jawohl, da haben wir auch schon gesiegt. Das ist gut soweit. Und dann marschieren wir hier auch noch direkt ein. So, ich glaube, dann haben wir es eigentlich schon. Dann ist das Schlimmste schon erledigt. Das dürfte relativ flott gehen, dieser Krieg diesmal. So, ich glaube, die haben auch nirgends Einheiten jetzt hier stationiert. Ne, das ist alles genau richtig, so wie es sein soll. Dann ziehen wir die zwölf Einheiten hier mal raus, ist, dass die nicht auf unsere Mannstärke hier mit draufschlagen. Und ja, da müssen wir nur noch die Belagungszeit abwarten. Kommt, da ziehen wir euch nach hier oben ab. Dass ihr euch dann gleich wieder mit den 4000 Mann dort noch vereinen könnt. Das müsste dann ja soweit passen. Also, was ist das eigentlich? Maximale Festungsstufe, die wir mit dieser Armee belagern können. Ah, okay. Okay, Köln. Warte mal. Beziehungsverbesserung. Okay, Diplomat beibehalten auf jeden Fall. Belagerung von Trier ist abgeschlossen. Oh, das ist schön. Belagerung von Namur ist auch abgeschlossen. Wunderbar. Wir haben einen Agenten entdeckt. Okay, jetzt verlieren wir hierüber auch keine Mannstärke mehr. Das ist gut soweit. Dann brauchen wir halt nur noch, ja, Meppen oder Münster. Dass wir die noch mit einnehmen. Aber das dürfte jetzt auch relativ schnell gehen, weil wir sind schon bei Stufe 12. Das heißt, das haben wir gleich soweit erledigt. Dann bin ich mal auf die Friedensverhandlung gespannt, ob das so ohne Probleme funktionieren wird. Wir können ja hier mal nebenbei mit ranschauen. Hier können wir nur Festungen bauen. Ne, das will ich lieber nicht. So, und da haben wir Meppen auch schon belagert. Oder auch Münster genannt. So. Dann bin ich mal gespannt. Wir werden erstmal wieder ganz schnell mal kurz speichern. Und gehen dann auf Diplomatie, Frieden verhandeln und versuchen mal unser Glück mit der Annektierung. Ich weiß gar nicht, ob das, haben wir einen Anspruch auf Meppen, genau. Ob das jetzt vielleicht sogar positiv auf uns einwirkt. Nicht ganz, aber vielleicht nicht ganz so stark negativ, wie als wenn wir keinen Kriegsanspruch gehabt hätten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall machen wir das. So, da hätten wir schon mal Meppen soweit. Das werden wir dann direkt auch so, wie es ist, zur Kernprovinz umwandeln. Und dann können wir das Ganze hier auch noch machen. Frieden verhandeln. Da haben wir auch einen Anspruch drauf. Wunderbar. Und dann schicken wir auch hier die Forderung los. Sehr gut. Und auch hier werden wir es direkt zur Kernprovinz umwandeln. So, und dann fehlt nur noch Trier. Und das werden wir direkt im Anschluss nehmen. So, Forderung Senn. Wunderbar. Da haben wir eigentlich schon alles. Und dann bin ich mal gespannt, ob sich direkt wieder eine Koalition gegen uns gründet. Ja, natürlich. Da entsteht direkt die nächste Koalition. Aber wir haben auch drei Mitgliedstaaten des Reiches auf einmal ausgelöscht, sozusagen. Sie ziehen es nicht länger, gültige Rivalen für Sachsen. Okay, das heißt, wir brauchen einen neuen Rivalen. Die Einheit werden wir mal nach hier unten verlegen. Ich glaube, das Feld war eins der wenigen, die diese 18.000-Mann-Armee aushalten kann. Die lassen wir hier dort stehen, in den neu besetzten Gebieten. Dann können wir das hier erstmal wieder schließen. Hilfe leisten. Haben wir genug Geld? Ja, haben wir. Dann machen wir das. Wir haben einen Agenten entdeckt. Das ist auch in Ordnung. So, damit sind Aachen und Köln. Gut, Köln ist unser Vasall. Aber Aachen auf jeden Fall schon mal eingeschlossen von uns. Das heißt, die haben so gut wie keine Chance mehr dort auch rauszukommen. Was mich mal interessieren würde, da möchte ich mal kurz reinschauen. Was brauchen wir denn noch alles, um die deutsche Nation zu werden? Da fehlt uns noch Rostock auf jeden Fall. Okay, das ist Dänemark. Das wird noch eine kleine Herausforderung werden, glaube ich. Ich hoffe, das sieht mir danach aus, als wenn Brandenburg hier Dänemark besetzt hat. Kann das sein? Besetzt durch Brandenburg? Ja, Tatsache. Vielleicht schafft es ja Brandenburg, sich nach Rostock zu erweitern. Denn Brandenburg wäre mir ein bedeutend lieberer Gegner als Dänemark selber. Von daher hoffe ich, setze ich ein bisschen auf Brandenburg, was das angeht. So, ansonsten, Rostock, Berlin brauchen wir. Na gut, das ist auch alles Brandenburg. Was brauchen wir noch? Sasko. Was ist denn Sasko? Das könnte hier was sein. Ah, hier, guck mal, hier ist Sasko bei Böhmen. Da müssen wir Böhmen mal attackieren. Kultur in einer Provinz geändert. Auch nicht verkehrt. Da können wir auch gleich nochmal gucken. Vielleicht können wir da noch irgendwo was machen. Das ist alles niedersächsisch. Naja, gut, aber ist eigentlich eine akzeptierte Kultur bei uns. Aber ich glaube, wir machen das nochmal. Dass wir da nochmal einen rausschicken. So, ansonsten können wir hier nochmal reinschauen, ob sich jetzt hier was getan hat. Aber nein, wir können immer noch nur Festungen bauen. Bei den Festungen habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Wir werden sicherlich früher oder später auch nochmal Festungen bauen. Wo kann ich denn hier eine Festung bauen? Ach, hier. Wir werden früher oder später sicherlich auch nochmal Festungen bauen. Wobei wir es hier auch direkt machen können. Guck mal, das ist das Randgebiet. Da wäre es vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Kostet uns dann, glaube ich, zwar ein Gold pro Runde. Aber wir verdienen auch gerade 14,65. Also das geht noch. Kernprovinz haben wir erhalten. Wir könnten auch mal direkt bei den Beratern mit reinschauen. Hier haben wir ja nicht ganz so viel monatlichen Gewinn. Und wenn wir hier den dazu nehmen, das ist relativ günstig. Kriegen wir Handelseffizienz plus 10%. Ich glaube, den holen wir uns mal. Oder den mit einer besseren Beziehung. Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Ich glaube, wir nehmen den mit den besseren Beziehungen. So. Na dann. Haben wir hier nämlich schon plus 6. Kostet uns zwar jetzt einen Haufen Kohle erstmal. Aber wir verdienen immer noch ausreichend. Und unsere Rücklagen sind jetzt auch nicht so gering. Von daher, das passt schon. So, was haben wir hier? Militärzugang von... Ne, das schlagen wir immer aus. So, hier ist glaube ich Österreich kräftig im Vormarsch in Tirol. Mhm. Und Bayern ist so gut wie gar nicht mehr existent. Kann das sein? Was ist das hier? Die Prämislied-Dynastie ist erschüttert. Es scheint ein Missverständnis bezüglich des Erbes der Urgroßmutter von Heinrich V. gegeben zu haben. Anscheinend war sie Tochter eines einfachen Bauern aus dem Umland von Leipzig. In Brünsdick abstreiten. Dann würden wir Legitimität verlieren oder Prestige. Hm. Dann verlieren wir lieber Prestige. Legitimität ist eigentlich immer was sehr Wichtiges. Und damit sollte man nicht schmaßen. Das sollte eigentlich immer so Richtung 100 gehen. Gut. Na, da hätten wir das auf jeden Fall schon mal so weit wieder erledigt. Wir haben uns wieder ein bisschen vergrößert schon. Und wir werden dann trotzdem jetzt hier mal die Falz immer mal wieder noch im Auge behalten. Marktwiderrufe nur noch minus 173. Aber dafür ist jetzt unrechtmäßiges Territorium gestiegen. Und da haben sie wohl ein Problem damit. Na gut. Aber wir lassen die Zeit mal ein bisschen schneller laufen. Und schauen mal wie sich der Brandenburgisch-Dänische Krieg hier entwickeln wird. Wobei das glaube ich fast zum Stillstand hier. Ja, das wird hier einfach nur ein Stillstand sein. Frontenstillstand. Können wir den Militärzugang gewähren? Warte mal. Ruf zu den Waffen. Ungarn. Okay, jetzt können wir Brandenburg keinen Militärzugang mehr gewähren. Schade. Was will Ungarn? Das Land Ungarn, unser treuer Verbündeter, fordert eure Unterstützung im Krieg. Ungarische Eroberung von Novi Sass gegen Galicien, Volhynien an. Dies ist ein Angriffskrieg. Die sind alliiert mit Bulgarien. Byzantinisches Reich und Österreich. Das wäre aber ganz schön heftig. Ich glaube, das schlagen wir aus. Weil ich habe keinen... Im Moment nicht wirklich Lust, mich mit dem Byzantinischen Reich anzulegen. Das werden wir sicherlich nach und nach mal machen. Aber wir verlieren dafür 25 Prestige. Leute, das ist nicht... Wir haben so schon kaum noch Prestige. Wir lehnen das trotzdem ab. Kommt. Sei es drum. Ja. Leider. Und da schließt sich Frankenreich sofort einer Koalition gegen uns an. Wahrscheinlich, weil wir jetzt nicht mehr so stark mit den Verbündeten aufgestellt sind. Das ist sehr bedauerlich. Lass mal gucken im Vatikan. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Prestige. Und ich würde dazu tendieren, dass wir uns das hier mal holen. Dass wir den Herrscher mal segnen lassen. Dafür würden wir jährlich plus 1 Prestige bekommen. Das gönnen wir uns einfach mal. Haben immer noch 50 Papsteinfluss. Das heißt, wir könnten hier auch noch mal was raushauen. Richtung Legitimität. Na komm, das machen wir auch gleich. Schadet nicht. Und genau, da haben wir Legitimität pro Jahr plus 1,06. Und Prestige plus 2,12. Also das erholt sich gerade. Das ist in Ordnung. Wir haben wieder eine Kultur verändert. Sehr schön. So. Dann genießen wir trotzdem erstmal die Jahre des Friedens. Wie sieht es denn technologisch aus? Wir sind noch bei plus 160 Prozent langsam. Sollten wir wieder ansparen, dass wir dann auch die nächste Stufe bekommen. Allerdings können wir uns hier... Guck mal, das ist der letzte Punkt. Das leisten wir uns. Da würden wir nochmal Festigungsverteidigung plus 5 Prozent bekommen. Und das gönnen wir uns. Das ist nicht so hundertprozentig notwendig. Aber dann haben wir diese Ideengruppe auf jeden Fall abgeschlossen. Und dann können wir die Punkte wieder zusammensparen, auf das wir demnächst eine höhere Technologiestufe erreichen werden. So, Beraterplätze sind zwei aktuell frei. Wir haben auch noch ein bisschen Kohle, die wir dafür ausgeben könnten. Guck mal, hier würden wir nochmal jährliches Prestige bekommen von plus 1,0. Klingt erstmal nicht ganz verkehrt. Wir gucken mal bei den Militärberater rein. Verstärkung, Geschwindigkeit plus 33 Prozent. Das klingt auch ganz nett. Ich glaube, das holen wir uns. Hier sind wir eh gerade auf Maximum. Von daher lassen wir den erstmal. Gebt ihnen Unterstützung das Leid der Händler. Oder nee, das Leid der Händler so rum. Hey, wir geben denen Unterstützung. Gut. Dann sind wir, glaube ich, schon wieder fast sehr gut sogar aufgestellt. Kann es sein. Unsere Reserven sind fast auf Maximum. Die sind auf Maximum sogar. Perfekt. Aber sie steigen trotzdem noch jährlich oder monatlich ein bisschen. Da die annektierten Provinzen natürlich im Laufe der Zeit bei den nationalen Unruhen dann auch nachlassen. Die Autonomie lässt langsam nach. Und dadurch bekommen wir immer besseren Einfluss. und somit auch immer stärkeren, ja, immer stärkere, ähm, Verstärkung. Eine Revolte. Mein König. Hm, okay. Da sind, uh, da sind die schon am Kämpfen und wir verlieren hier. Nicht gut, aber da ist Köln schon unterwegs. Ich glaube, das können wir Köln überlassen. Lass mal gucken. Wir lassen einfach mal die Zeit weiterlaufen. Jawohl, da haben wir das schon gewonnen. Da kamen unsere Vasallen zur Hilfe. Das hat schon gepasst soweit. So. Dann die Zeit wieder auf schnell laufen lassen. Wir müssen wieder ein bisschen Zeit des Friedens vergehen lassen. Ich glaube, Bremen ist auch noch ein wichtiger Punkt für die, ähm, Erstellung der deutschen Nationen, oder? Lass mal gucken. Bremen ist bestimmt dort auch mit dabei. Hamburg, Rostock, Berlin, Braunschweig, Sasko, Thüringen, München, Nürnberg, Kessen, Köln, Pfalz, Augsburg, Frankfurt. Nein, kein Bremen. Okay. Besitzt Kernprovinz Elsass oder Kolewitsch. Wie auch immer man das ausspricht. Ne, also Bremen bräuchten wir noch nicht mal zur Erstellung der deutschen Nationen. Wäre trotzdem aber interessant, dass wir diesen kleinen, in Anführungsstrichen, Schandfleck hier mal eliminieren. Also Bremen ist mit Schweden im Krieg. Also nicht mit Schweden, aber mit Schweden gemeinsam im Krieg gegen Dänemark und Norwegen. Und ist aber nicht besetzt. Das heißt, die kommen im Moment wahrscheinlich dort nicht ran. Haben aber ein Bündnis mit denen hier. Mit Utrecht zum einen und mit Holland. Was auch nicht ganz verkehrt wäre, wenn wir uns die dann bei einem bremischen Eroberungskrieg gleich mit einverleiben könnten. Allerdings, wie gesagt, sind ja aktuell Koalitionen gegen uns im Gange. Das heißt, wir müssen uns erstmal wieder ruhig verhalten. Bis die wieder glauben, ja, die Deutschen oder die Sachsen, die machen jetzt nichts mehr. Die sind wieder friedlich. Ja, müssen wir uns einen Moment lang noch gedulden. Aber ich glaube, auch die Sachsen waren in der Geschichte oftmals kämpferisch unterwegs. Haben ihre Nationen verteidigt. So, Utrecht verließ die Koalition gegen uns. Oh, das ging jetzt aber schnell. Wir haben einen Agenten entdeckt. Wahrlich schlechte Nachrichten. Oh, da ist jemand gestorben. Und wir haben einen neuen König. Christian I. von Primislied. Das ist in Ordnung. Ist neuer Thronfolger. Und die Nachfolge ist gesichert. Das hört man gerne. Trotz neuen Thronfolger ist direkt schon die Nachfolge gesichert. Da werden wir nun mal die Stabilität wieder steigern. Da haben wir im Moment genug an administrativer Macht, dass wir uns das leisten können. Gucken wir mal hier rein. Trotzdem wegen den technologischen Sachen, wie weit es hier aussieht. Wie viele Punkte bräuchten wir? 1.471. Da sollten wir eigentlich dann auch mal, wenn es soweit ist, wenn wir die Möglichkeit haben, bei einer Ideengruppe, wenn wir die nächste freischalten können, ja, eine freizuschalten, mit denen die Kosten für die Technologie etwas gesenkt werden. Befestigung. Das ist von höchster Wichtigkeit. Kostet uns 50 Dukaten. Dafür lokale Verteidigungsfähigkeit. Plus 10% bis auf Spielende. Holen wir uns. Gerne sogar. So, was haben wir hier? Bringt ihn an den Hof. Dafür kriegen wir 10 Prestige. Oh, das ist dringend notwendig. Wunderbar. Und ansonsten Kunde von Bremen. Mein König. Bremen verließ die Koalition gegen uns. Jawohl. Darauf setzen wir. Da können wir ja ganz nebenbei, wenn die schon jetzt anfangen, die Koalition zu verlassen. Guck mal. Hier haben sie echt Frieden geschlossen. Und Brandenburg hat Rostock bekommen. Schön. Freut mich. Lass uns mal gucken, wie Brandenburg jetzt bündnismäßig aufgestellt ist. Bündnis mit Polen auf jeden Fall. Wäre mal interessant, ob unsere Verbündeten, von denen wir eigentlich keine mehr haben, oder? Ne, wir haben gar keine Verbündeten mehr. Wir brauchen neue Verbündete. Wir brauchen bessere Beziehungen zu Ungarn wieder. Lass mal Beziehungen verbessern. Lass mal hier einen rüber schicken. Bei wem sind wir hier dran? Das ist mit Köln. Okay. Brauchen wir den in Köln wirklich? Lass mal kurz schauen. Nach dem Auto speichern. So, wir haben Anspruch verloren auf Provinz. Kriegsgrund Aubern gegen Dänemark. Haben wir verloren? Das macht nichts. Lass mal gucken. Bei Köln. Haben wir die Mark dort schon wieder rufen? Nein, haben wir noch nicht. Hm. Dann würde ich den dort eigentlich erstmal abziehen. Ja, komm, den ziehen wir dort erstmal ab. Beziehungen verbessern. Aufhören. Glaubt bei der Pfalz. Wie sieht es dort aus? Ist das noch bei plus 200? Verbesserte Beziehungen? Nein. Ist nicht mehr bei plus 200. Dann sollten wir dort nochmal einen hinschicken im Gegenzug. Und dass wir dort die Beziehungen verschönern. Und dann wollte ich als nächstes, genau, in Ungarn sind wir dran, dass wir die wieder als Bündnispartner vielleicht bekommen. Hier werden wir nebenbei schon mal Kriegsgründe erstellen. Das war eigentlich der nächste Plan gewesen. Geheimdienst. Anspruch fingieren. Und, ja, ist eigentlich komplett egal. Mach überall. Nach und nach werden wir das dann probieren. Dass wir zumindest Utrecht komplett vielleicht annektieren können. Und vielleicht sogar auch noch Teile von Holland. Mein König. Österreich verließ die Koalition gegen uns. Na, das freut mich ein bisschen. So, die Pfalz. Okay, haben wir plus 200 Beziehungen. Das heißt, wir sind dort wieder im positiven Bereich gegenüber der Pfalz. Wir müssten eigentlich auch mal abwarten, dass das mit den unrechtmäßigen Beziehungen endlich zu Ende geht. Weil sonst kriegen wir die, glaube ich, nie annektiert. Das mit dem Mark-Wiederrufen-Status, das hebt sich jährlich um plus 3,8 auf. Das scheint ein steigender Wert zu sein. Das war vorhin, glaube ich, am Anfang der Session noch bei plus 3 oder so. Kriegsgrund gegen Utrecht. Jawohl, da waren wir schon erfolgreich mit unserem Diplomaten. Dann lassen wir hier weitermachen. Anspruch fingieren. Obersticht. Jawohl. Aachen verließ auch die Koalition gegen uns. Oh, freut mich. Lass mal schauen. Aachen. Das könnte ein potenzielles Ziel sein. Habt ihr irgendwie Verbündete? Ja, habt ihr? Luxemburg wäre euer Verbündeter. Hat Luxemburg zufällig Elsass? Nein, schade. Weil Elsass ist ja eins der Teile, die wir brauchen. Aber es würde auch nicht schaden, wenn wir Luxemburg mit einnehmen. Mensch, so viele Ziele. Und so wenig Diplomaten. So, lass mal schauen, wie es eigentlich militärisch bei uns aussieht. Wir könnten uns noch eine größere Armee leisten, werden wir auch. Weil unsere Reserven gerade sowieso am Limit laufen. Das heißt, wir heben hier nochmal eine schöne Armee aus. Die Frage ist, wie hatten wir es? Warte mal, lass mal kurz diese Armee angucken. Das ist unsere Musterarmee sozusagen. Zwölf und sechs. Okay. Das sollten wir hinbekommen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Okay. Und dann noch sechs andere. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Jawohl. So, das hatten wir. Dann haben wir da gleich eine neue 18.000 Mann Armee. Das kann sich dann in der Zwischenzeit noch wieder erholen, bis dann der nächste Krieg anfängt. Wissen ist Macht. Nationale Unruhe plus zwei. Ei, 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 ei. Oder minus zehn Prestige. Na, wir nehmen die Nationale Unruhe. Denn Wissen ist ja wirklich Macht. Ich hätte es ja nur schön gefunden, wenn wir dafür einen Technologiebonus bekommen hätten. So, die maximale Verbesserung von 100 wurde erreicht. Gegenüber von Ungarn. Das ist gut soweit. Dann könnten wir jetzt ein Bündnis eingehen. Nein, die sind immer noch sehr enttäuscht. Und Sachsen entehrte kürzlich sein Bündnis mit Ungarn. Rivalität. Haltung gegenüber Sachsen. Okay, scheiße. Die haben uns als Rivalen auserkoren. Das heißt, Bündnis mit Ungarn wird nicht mehr so leicht sein. Mit Polen wäre möglich. Und ich muss ehrlich sagen, mit Polen hatte ich noch nie ein Bündnis. Hm. Na dann, probieren wir es mal mit Polen. Die sind ja schließlich auch nicht so ganz verkehrt. Kommt, Militärbündnis mit Polen. Und können wir dann direkt noch eine Staats-Ehe. Jawohl, Staats-Ehe aus Polen kriegen wir auch direkt dazu. Sehr gut. Unsere religiöse Intimität hat sich stark verändert. 20 Punkte irgendwie nach unten gegangen. Ich weiß nur nicht wieso. Staats-Ehe mit der Pfalz gehen wir auf jeden Fall ein. So. Und dann lassen wir die Armee hier zusammenlegen. So, da haben wir unsere neue 18.000-Mann-Armee. Jetzt müssen wir nur mal einen Ort finden, wo wir die schön unterstellen können. Der stark genug ist, diese zu versorgen. 16, 18. Das würde gerade reichen. In Nürnberg. Na dann ab nach Nürnberg mit euch. Ich hoffe, das reicht dann hier noch, wenn dann beide Armeen dort in der Nähe sind. So, da haben wir einen Agenten entdeckt. Das ist in Ordnung. Und wir sind militärisch jetzt, glaube ich, stark aufgerüstet im Vergleich zu vorher. 54 von 61 sind wir jetzt beim Truppenlimit. Das heißt, theoretisch, wir können noch mehr aufrüsten. Werden wir aber nicht machen, denn ihr seht hier unsere Staatsklasse ganz schwach. Bei 0,01 im Positiven. Und dafür sind wir hier beim militärischen Rang auf Platz 2. Was uns noch ein bisschen Siegpunkte immer gewähren wird im Laufe der Jahre. Und da müssen wir natürlich dranbleiben, dass wir das weiter ausbauen und verstärken. Okay. Gut. Wir waren dabei, weitere Ansprüche zu fingieren. Wo haben wir es? Erstmal das Schließen, Geheimdienst, Anspruch fingieren. Und bitte gegen Utrecht auch noch. Und dann, glaube ich, haben wir jetzt zwei Diplomaten frei. Das heißt, wir können hier auch noch mal. Und da hätte ich gern hier auf jeden Fall Friesland schon mal. So. Und ich denke mal, wenn das dann soweit durch ist, dann können wir dann hier die Ecke uns auch gut einverleiben. Ihr werdet von Trauer übermannt. Können wir uns das leisten, von Trauer übermannt zu werden? Ja, können wir. Wir haben genug administrative Macht, dass wir die Stabilität sofort wiederherstellen können. Machen wir sozusagen. Johann Georg ist tragischerweise gestorben. Lasst uns für seine Seele beten und für einen neuen Thronfolger. Ja. Na dann. Stabilität wiederherstellen. Und weiter geht's. So. Thronfolge ist gesichert. Na, das ging aber flott. Da hat er sich rangehalten. Der Gute. Aber freue ich mich natürlich drüber. So. Bayern ist wirklich hier am, naja, abkacken, ablosen. Haben nur noch Ingolstadt als Hauptprovinz oder als einzige Provinz auch nur noch. Österreich ist auch ganz schön am ablosen. Und K ist wahrscheinlich einer der Rivalen, die wir hier mal im Auge behalten sollten. Und apropos Rivalen. Wir sollten, glaube ich, neue Rivalen bestimmen, oder nein? Ne, das ist ja Holland. Hier. Wir brauchen neue Rivalen. Wir haben zum einen Ungarn, die Möglichkeit Byzantinisches Reich. Das werden wir wählen. Jawohl. Dann haben wir schon mal zwei Rivalen. Dann müsste der Wert hier auch wieder steigen. Den dritten Rivalen würde ich mal ausklammern wollen. Ich will Ungarn nicht wirklich als Rivalen bestimmen. Das würde nur unsere Beziehungen verschlechtern. Dann lieber das Byzantinische Reich. Damit kann ich leben. So. Und Österreich ist wirklich auch am Verlieren hier. Naja. So. Wie sieht es mit den Ansprüchen aus? Haben wir fingiert. Sehr gut. Dann werden wir beide nochmal losschicken. Beide Diplomaten. Und hier nochmal Anspruch fingieren. Auf Bräder auf jeden Fall. Und Anspruch fingieren. Möchtet ihr Diplomaten? Nein. Nicht zurückrufen. Ich will noch einen weiteren Anspruch fingieren. Okay. Ich kann nur einen Anspruch pro Land auf einmal fingieren. Schade. Die Schatzkammer. In die Schatzkammer stecken. Dann würden wir 73 Dukaten dafür bekommen. Oder Prestige nehmen. Wir nehmen das Prestige. Das bringt uns mehr. Oder haben wir mehr davon? Da steigt nämlich unsere Legitimität wieder jährlich um. Plus 1,33 insgesamt. Prestige steigt auch noch. Sehr gut. Das passt alles. So. Und dann können wir sozusagen demnächst hier Utrecht und Holland angreifen. Ist das Militärbündnis gegen uns eigentlich komplett aufgelöst? Lass mal schauen. Jawohl. Ist wieder komplett aufgelöst. Das heißt wir haben wieder freie Hand hier. Na dann würde ich ja fast sagen. Wir warten hier noch kurz ab. Und dann werden wir bald den Krieg erklären. So. Knapp 90% sind schon. Und die letzten 10% kommen jetzt auch noch mit rein. So. Dann lass mal schauen. Wie sieht es aus? Von den Verbündeten hat sich jetzt hier irgendwas verändert. Vom Status her. Uh. Das ist ja hier noch besser geworden. Die haben gar keinen Verbündeten mehr. Krieg erklären. Bremen. Doch Bremen ist ein Verbündeten. Ah das stört uns ja gar nicht. Das wäre ja perfekt. Perfekt. Da geht es ja gar nicht. Dann lass mal die Armee schon mal nach Meppen verlegen. Genauso wie dich nach Kleve und dich nach Limburg. Dich werden wir nach... Warte mal. Von wo ist denn hier kein Fluss? Warte mal. Das müssen wir mal im Vorfeld kurz auskundschaften. Von welcher Seite wir am besten hier anschließen können. Was ist das denn? Die schmale Straße über Bucht von Helgoland verbindet diese Provinz mit Holstein. Achso. Okay. So. Das ist ein Fluss zwischen dieser Provinz und Bremen. Zwischen Bremen und dieser Provinz. Zwischen Bremen und dieser Provinz. Okay. Bremen ist vom Fluss eingekasselt. Das heißt egal von wo aus wir angreifen. Wir haben immer schlechte Karten. Na gut. Dann würde ich vorschlagen. Wir holen uns hier erstmal einen guten Anführer. Oder zumindest bobt einen Anführer. Lassen den nach Stade verlegen. Und dann können wir eigentlich, wenn es dann soweit ist, direkt den Krieg erklären. So. Das hätten wir. Und speichern. So. Und dann Diplomatie. Krieg erklären. Wir brauchen keine Verbündeten, die wir dazu holen. Wir machen das einfach so. Damit kommen wir schon zurecht. Und dann bitte hier einmarschieren nach Bremen. Du bitte einmarschieren nach da. Du nach da. Und du bitte, wenn es möglich ist, sobald es möglich ist, nach da. Wobei wir hier mal kurz anfragen können, ob die uns vielleicht Militärzugang gewähren. Uh. Das würden sie sogar machen. Senden. Jawohl. Dann könnte man nämlich doch direkt nach da auch einmarschieren. So. Na dann bin ich mal gespannt. Ob das gut... Uh. 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 Hm. So. Da haben wir hier noch mal kurz die Armee verstärkt. Okay. Das hat funktioniert. Das ging auf. Dann lass dich mal nach da zurück verlegen. Und. Da sind sie dann auch vernichtet. Schon die Truppen. Sehr gut. Das hat funktioniert. Alles soweit. Der Plan ging auf. Da haben wir schon eine Provinz besetzt. wunderschön. Und dann können wir die Armee theoretisch schon wieder hier nach unten verlegen. Die brauchen wir dort jetzt nicht mehr. So, der Rest, das müsste so laufen. Ja. So, das werden wir allerdings erst in der nächsten Folge dann zu Ende bringen. Das Ganze. Ich bedanke mich erstmal für's zu sehen bei euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mögt, morgen wieder mit einschalten. Das heißt, let's play Europa Universalis. Viel Abend bis dahin. Ciao, ciao. Bis dahin.